Hi, ich bin Alice und jetzt sitze ich hier mit Anna und heute ist welcher Tag von dem Übermann-Experiment, weißt du es? Neunter? Zehnter jetzt. Zehnter. Oder wir rechnen das noch mal aus. Tag elf haben wir, gell? Ja. Oh mein Gott. Heute ist welcher Tag? Tag elf? Elf oder zwölf? Heute ist der, welcher Tag? Der? Der zwölfte, genau, zwei Wochen abendlich. Was war der zwölf? Zwölf. Zwölf. Ich glaube. Was könntest du jetzt? Jetzt wird es der 15. Tag sein. Schon wieder. Dann ist es der 15. Tag. Der 15. Tag? Ich glaube der 15. Tag ist es. Wir haben 6.51 Uhr. Das heißt, welcher Übermann-Tag ist heute? Wir haben 6.46 Uhr. Welcher Tag vom Übermann ist das? Hi, ich bin Alice und jetzt sitze ich hier wieder mit Anna. Heute ist der elfte Tag, oder? Ist das richtig? Ich glaube nicht. Jetzt läuft es schon. All righty, nochmal. Sie hat also 8. Also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Achtung. Okay. Ja, okay. Mittwoch war der erste Tag. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, und heute haben wir Mittwoch, ne? Ja, heute ist Mittwoch. Das ist der 15. Tag. Genau. Ne, Moment, jetzt ist Donnerstag schon. Mittwoch ist ja auch schon vorbei. Dann haben wir den 16. Tag. 16. Tag, genau. Mittwoch, Dienstag, Mittwoch... Okay, also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, eine Woche. Das sind die eine Woche, genau, Dienstag für diesen Teil. Genau. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Achtsam. 7 plus 4 kommt bei mir raus. Ja, ist ne 18, der 18. 7 plus 4? Nein, 14 plus 4. Zwei Wochen. Ah ja, klar, das sind zwei Wochen. Ach, ist ne 18. Tag. Alrighty, wir haben's. Wenn du am 9. angefangen hast, plus 19 ist 28. Der 19. Tag. 19. Tag. Okay, fang ich nochmal an. Von vorne. Wir nehmen das alles auf. Man sieht das alles. Ich war öff. Gut, auf vorne. Sehr schön.